Musik Megowannen, liebe Elbinnen und Elben und Hobbits und was auch immer da draußen. Herzlich willkommen zur Besprechung der zweiten Folge, die da den sehr schlichten Titel trägt. Treibgut, die zweite Folge von Der Herr der Ringe, der macht von Amazon. Wir haben sie gesehen und wir sind zum einen der Christopher. Hallo, bin ich aufgeregt, aber dazu am Schluss mehr. Und dann noch jemand, der wahrscheinlich noch sehr viel aufgeregter ist, der Lasse. Moin moin. Und last but not least die körperlose Stimme, die euch hier begrüßt hat, der Dom Hai. Ja, Folge 2 nehmen wir direkt back to back auf hier. Mal gucken, wie ihr dann da draußen das Kredenztwerden bekommt. Also wundert euch nicht, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie auf Kommentare und was weiß ich eingehen. Das müssen wir dann leider nächste Woche machen. So ist das eben, wenn zwei Folgen auf einmal kommen und man die direkt besprechen und so schnell wie möglich schneiden und rausbringen muss. Ja, Folge 2, auch von J.A. Bayona gedreht. Allerdings diesmal mit jemand anderem am Drehbuch am Werk, nämlich Jennifer Hutchinson. Die wird euch beiden vielleicht nichts sagen, aber da habe ich dann schon so ein bisschen aufgehorcht. Denn das ist eine sehr, sehr fähige Drehbuchautorin. Die hat an Mad Men gearbeitet und vor allem auch an Breaking Bad und Better Call Saul. Die hat unter anderem wirklich mit die besten Folgen geschrieben. Und deshalb ist es ein bisschen ein Wermutstropfen für mich gewesen, dass sie bei der fantastischen Abschlussstaffel von Better Call Saul nicht am Start war, sondern eben mit diesem Projekt hier beschäftigt war zu dem Zeitpunkt. Ja, steigen wir mehr oder weniger da ein, wo wir aufgehört haben? Nicht ganz, wir bekommen einen Rückblick, wie man das so kennt halt bei Serien, also Previously On oder was das ist, ne? Und dann kriegen wir das neue Intro, sowohl auf die Augen als auf die Ohren. Und da haben wir eben dann schon etwas, ja, was schon durchaus so Begeisterungsstürme ausgelöst hatte, als es bekannt wurde. Also es ging ja so lange gerüchteweise durch den Äther, dann wieder nicht, dann wieder doch. Die Musik ist tatsächlich von Oscar-Preisträger Howard Shaw, also das Main Theme. Howard Shaw, der legendäre Komponist der Ring-Trilogie und der Hobbit-Trilogie. Und das Ganze untermalt das Intro, was wir auch erstmals zu sehen bekommen. Und ja, wie beschreibt man das? Es ist eigentlich irgendwie ein Mosaik aus Steinchen, die sich zu verschiedenen Formen zusammensetzen. Zwischendurch zieht sich dann so eine dunkle Spur da durch, die halt schon so, ja, das irgendwo ist noch was Düsteres. Das spiegelt sich dann auch in der Musik wieder. Ja, ich muss sagen, ich fand's ganz nett, aber ehrlich gesagt für den Prestige-Faktor dieser Serie doch etwas bescheiden. Wie sieht's bei dir aus, Lasse? Nee, da stimme ich dir zu. Das war auch mein Eindruck. Ähm, ich war ein klein bisschen unterwältigt von dem Intro, wo ich mir dachte, oh ja, das ist, äh, symbolisch ist das nett und so, das ist schön. Aber halt, ich finde wirklich, da wäre mehr drin gewesen. Ich hatte schon überlegt, machen die vielleicht auch so ein Kartending? Da dachte ich, nee, das können die auf keinen Fall. Das ist zu ikonisch mit Game of Thrones verwurzelt. Und dann eine kluge Entscheidung, dass sie das nicht gemacht haben. Aber ich denke mir, da hätte man, da hätte man was anderes mit, oder irgendwas, irgendwas Besseres. Das Ding ist dann auch, ich finde halt, das Musikthema ist auch nett, aber es klingt halt nicht irgendwie, äh, irgendwie nicht bombastisch genug in irgendeiner Form. Ich hatte halt Sorge, als sie gesagt haben, wir involvieren Howard Shore. Ich wünschte halt, sie hätten sich komplett distanziert von dem Jackson-Zeug. Und dadurch hast du jetzt zwangsläufig so einen Vergleichsfaktor. Eben auch dadurch, dass es klingt wie so eine Mischung aus seinem Elbenmaterial. Du hörst da so, dass, ähm, dass das Bruchteil-Thema ein bisschen raus und so ein bisschen das Love-Lorien-Ding, weil die ja auch, die Elben ja ein großer Fokus sind hier offensichtlich in der Show. Aber ich wünschte halt, die hätten einfach Bay McCreary vollkommen das Rode überlassen, weil er ist ein fähiger TV-Komponent, der schon einige grandiose Main-Themes geschrieben hat. Und, ähm, ja, also das ist halt, deshalb stehe ich ihm allen sehr zwiespältig gegenüber. Was ich auch seltsam fand, war, dass da nur technische Credits sind und keine Schauspieler aufgeführt werden. Komisch. Ähm, das, das find ich komisch. Ich weiß nicht genau, was da der Grund hinter ist. Dachten, oh, das, das Intro ist zu kurz oder wie auch immer. Ich weiß auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Es ist seltsam. Also, ich, ich bin mir sicher, das Intro wird sowohl Begeisterungsschirme vorgerufen, als auch Leute haben, die enttäuscht sind. Wer weiß. Ähm, es ist schön, dass es immerhin ein Intro gibt, weil das ist etwas, was jetzt auch nicht mehr jede Serie hat. Ja, das ist ganz furchtbar. Also, bei The Witcher zum Beispiel ist das schon sehr mau, dass du eigentlich nur dieses Symbol hast und dann, na, so. Ja, genau. Also, das ist, äh, das ist immerhin schön, dass es ein Intro gibt. Aber ich, ich finde, da hätte man, da könnte, da hätte mehr gemacht werden können. Da ist mir auch zum ersten Mal erst aufgefallen, weil ich hatte den Abspann nicht komplett gelesen. Einer der Produktionsdesigner hier ist Rick Heinrichs, äh, grandioser, auch ebenfalls Oscar-Preisträger. Der ist grandios, unter anderem kennt man den aus vielen Arbeiten mit Tim Burton, aber auch für Flute Karibik. Ja, klasse. Der Typ ist grandios und man sieht definitiv sein, äh, sein besonderes Auge hier im Production Design. Und ja, ansonsten, ähm, nicht, nicht viel dazu zu sagen, außer halt sieht, sieht hübsch aus. Also, es ist halt, es ist auf keinen Fall billig produziert. Ich finde halt, es ist, es hat einen hübschen Look. Ich finde halt nur, ähm, ja, wäre mehr drin gewesen. Wirkt irgendwie verhalten, ne? Ja, ein bisschen, so ein bisschen, weiß nicht, ja. Das, das hätte auch genauso gut irgendwie ein Teil sein können von so einem, äh, von, von einem der Teaser oder wie auch immer. Ach, ich weiß auch nicht. Es ist halt, ich meine, es ist, äh, interessant mit den Symbolen und dem Sand und so. Teilweise sieht das halt auch aus, als hätten die das wieder mit so einem praktischen Effekt gemacht, wo sie dann irgendwie echte Sand oder Körner oder was auch immer da auf einer Platte ran und das wurde bewegt. Ähm, sowas ist sehr cool. Aber ja, äh, ist ein bisschen, ein bisschen schade. Christopher, wie hat's so dir gefallen? Das Howard Shaw, äh, ja, das, das Theme von ihm hat mir sehr gut gefallen. Nur der, die Introsequenz, die zeigt eindeutig, dass man sich nicht wirklich für Introsequenzen interessiert hier. Auch wenn man eine hat, war das eine lästige Pflichterfüllung. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hab das Gefühl, ein halbes Dutzend Serien haben diese Idee, dass in der Introsequenz irgendwelche Farben, Gegenstände, Dinge zusammenfließen und dann den Titel formen. Die Netflix-Dare-Devil-Serie macht das, so viele Serien machen das. Und da, da, da muss man schon sagen, da sind die einfach auf den Trend aufgesprungen, weil, äh, wir brauchen halt eine Introsequenz, das machen wir, machen wir das. Also, dann formt sich halt der Titel, weil wirklich, äh, unendlich viele Serien machen das so. Und deswegen war das halt, hm. Das fand ich auch ein bisschen schwach, es formt sich nämlich nicht unbedingt gar nicht. Also, ja, okay, ein Stück weit formt sich der Titel, aber ich muss sagen, ich fand diese Title Card, ehrlich gesagt, äh, die wirkte sehr reinkopiert. Also, das ist nicht so, als, als wenn sich das irgendwie aus den, also, wie es sich auflöst, das ist okay, aber wie es erscheint, das wirkte echt schon so ein bisschen, das mag jetzt hart klingen, aber es wirkte echt schon so ein bisschen billig, leider, muss ich sagen. Nur von der, nur von dieser, nur von dieser Titelschrift halt hier. Ja, diese, diese Font ist generell, also, ich werd nicht warm mit der. Bisschen bland, es ist ein bisschen bland, aber. Das, das ist schade, also, da hätten sie, ich mein, ich bin froh, dass es überhaupt eins gibt, aber, ja, ich mein, man hat jetzt den direkten Vergleich. Und auch wenn bei House of the Dragon, ich weiß nicht, ob du's, äh, du hast ja gar nichts von gesehen, Lasse, ähm, da haben sie jetzt ein neues, aber sie haben trotzdem die alte Musik von. Doch, doch, das Intro hab ich gesehen. Das ist, das ist toll, das ist toll. Ich find das, ich fand das ein bisschen zu crowded, ich fand das, ich fand das, das Intro so ein bisschen zu sehr, da ist zu viel los, visuell. Ähm, damit, da hatte ich so ein bisschen mein Problem mit. Ja, aber sie erzählen auf jeden Fall irgendwo eine Geschichte, also, hier ist es ja eher mit Symbolen angereichert und so weiter, irgendwie aus Sandstein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jetzt wird's hier interessant, was hättet ihr gemacht als Intro? Was wäre sonst eine gute Idee gewesen für ein Intro? Ich, ich meine nämlich, was, was, was hätte, was hätte klappen können, wäre so verschiedene Wandreliefs zu zeigen im Stil der verschiedenen Völker eventuell, mit vielleicht auch leichten Abbildern von, 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 von Figuren oder wie auch immer. Also, so im Elbenstil, im Zwergenstil und so weiter, dann so Menschen und dann so verschiedene Gegenstände in Großaufnahme der verschiedenen Völker und Banner und so weiter, eventuell sowas. Ich hätte ein ganz klassisches 80er Jahre Sitcom-Intro gewählt, wo alle in die Kamera gucken und grinsen und dann wird immer der Name des Schauspielers eingeblendet. Das kann man, das kann man auf Twitter bewundern. Und da gibt es sogar Zusammenschnitt, ich weiß, ich weiß gar nicht, wer das hervorgebracht hat, aber da gibt's einen Zusammenschnitt, da läuft die Musik aus dem Abspann des letzten Twilight-Films. Und ja, fragt nicht, woher ich das weiß. Ich hätte mir tatsächlich, also jetzt, wo du's auch gesagt hast, ganz ehrlich, ich fand diese Idee, die sie in dem allerersten Teaser-Trailer, wo sie ja auch den, den Titel enthüllt haben, vor, also im Februar noch, das hätte ich auch ganz nett gefunden. Das hätten sie dann nur ein bisschen, also da war ja der Witz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Lasse, aber das wurde ja sehr kritisiert, dass es sehr computergeneriert wirkte. Ja, das war ein praktischer Effekt. Genau, da ist rausgekommen, dass es ein komplett praktischer Effekt war, aber es lag halt daran, was sie für Kameras verwendet haben. Sie haben halt ultramoderne 4K-Kameras verwendet und deshalb wirkte das so, so steril. Aber ganz ehrlich, man hätte das vielleicht aufgreifen und dann irgendwie, weil ich fand diese Idee tatsächlich ganz nett, dass man den Schriftzug irgendwie in Goldlettern gießt und dann, das hätte auch einen schönen Bogen über jetzt diesen ganzen, dieses ganze Emblem, sag ich mal, Rings of Power geschlagen. Ja, wenn man so ein Bodenmuster und dann fließt da so etwas durch und so und dann formt sich daraus irgendetwas. Ich weiß nicht genau. Ja, auf jeden Fall gibt es das schöne, und wer weiß, vielleicht wird das ja noch thematisch aufgegriffen, das Intro. Vielleicht hat das ja noch irgendeine Bedeutung. Ich weiß es nicht. Vielleicht verändert sich's oder zumindest mit jeder Staffel zeigen sie irgendwie ein neues Motiv, das wär ja schon ganz nett. Das wär schön, wenn's irgendwie vielleicht auch ein etwas anderes Intro wäre jedes Mal, das wär vielleicht auch nice. Vielleicht ist es deshalb so ein bisschen unterwältigend, weil da kommen halt noch mehr. Also, meine Hoffnung ist nicht allzu groß, aber man kann ja überlegen. Nun ja, das Intro, äh, lassen wir mal beiseite. Wir sind bei, wir sind direkt bei Galadriel am Anfang. Jetzt ist allerdings Nacht, ähm, so eine schöne Aufnahme vom Himmel. Ich dachte erst, das wär jetzt vielleicht gespiegelt im Wasser, wo ich dachte, oh, das wär so ein schöner Callback. Aber sie schaut nur kurz hoch, ist jetzt irgendwie verloren im Wasser und beginnt zu schwimmen. Nach Hause zu schwimmen, viel Spaß. Ja, ja, genau. Ich meine halt, ich meine halt, Elben, die haben, und ich meine, hier sind sie ja so auf der Höhe ihrer Macht sozusagen. Also, garantiert hat sie einiges an Durchhaltevermögen. Irgendwann ist sie garantiert erschöpft. In Klamotten. Aber sie ist halt, das zeigt eben nochmal halt, wie getrieben sie ist dann halt. Und wenn ich bis dahin schwimmen muss, ich, ich mach das jetzt. Ja, ja, diese Starköpfigkeit, die sie hat, ne? Irgendwo auch. Ähm, dann, glaub ich, sind wir direkt wieder bei den, bei den Haarfüßen, wo der zu Boden gegangen ist, unser, unser Unbekannter. Mhm. Ähm, wo dann, wo dann auch ihre, ihre Freundin kommt und sie ganz toll erschreckt, aber sie ist super neugierig, fällt aus, wo sie in die Grube. Allerdings, äh, wird sie nicht verbrannt, obwohl es da, obwohl da hier unter Flammen aufschlagen oder irgendeine Güte. Ja, das Feuer, das Feuer ist nicht heiß. Genau. Das ist, das ist das Kuriose. Mhm. Ja, und dann, äh, das bemerkt sie eben auch und sie sagt dann, oh, ein Riese und äh, äh, er ist, er ist tot. Aber nein, er, er packt ihre Hand und plötzlich, äh, fängt alles um sie herum zu stürmen. Sie schreit, äh, dieser Mann schreit, äh, dann allerdings, ähm, hört es auf und, ähm, und das Feuer fängt wieder an zu brennen. Der kippt um und das Feuer fängt wieder an, ja. Das war so on-off ein bisschen. Ja, kurzer, kurzer, cooler Moment auf jeden Fall und sie ist, sie ist furchtbar verängstigt, aber auch sehr intrigt und dann, ähm, sagt ihre Freundin eben auch, wie sollen wir denn einen, 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 sagt, sagt er der Mutter nichts davon und wie, wie sollen wir denn einen Riesen irgendwie wegschleppen und sie sagt halt, ja, ich fühl mich für ihn verantwortlich, wir müssen noch irgendwas tun, äh, wir müssen ihm noch helfen, ihn nicht hier den Wölfen überlassen. Dann, glaub ich, sind wir kurz im Lager. Ja, sie, sie, äh, schaffen den ja dann, glaub ich, weg mit einem, irgendwie, mit einem Karren, den, glaub ich, Poppy aufgetrieben hat. Genau, und, äh, man sieht wieder den, den Ältesten mit ein paar von den Frauen, welche halt darüber reden, müssen wir jetzt vielleicht das Erntefest verschieben und so, ach, wer weiß, was da passiert ist, wir, wir warten erst mal ab, hier im Lager sind wir sicher. Und auf jeden Fall die beiden Freundinnen schleppen den Mann mit dem Karren, spekulieren darüber, wer er ist und was er ist, weil... Ja, es ist, es ist kein Elb, es ist kein Mensch, also für einen Elb, äh, sagst dann irgendwie Poppy auch, ist er nicht hübsch genug und er hat keine Spitzohren. Genau, und hat, und die Ohren passen nicht, es ist sehr, genau, es ist, es ist sehr schöner, sehr schöner, hier ist auf jeden Fall, äh, was hier gleich auffällt in der, in der Folge ist, äh, etwas mehr Humor drin, es ist ein bisschen spielerisch an den richtigen Stellen, was auch natürlich für die jeweiligen Charaktere sehr gut passt. So kleine Anspielungen auch einfach, ne, also, wo dann irgendwie Poppy sagt, ja, es ist kein Mensch, es ist keine Elbe und auch kein Adlerküken, um das für dich jetzt irgendwie kümmern musst, ne? Genau, ja, es ist kein Adler, dessen, dessen Flügel ausgefallen sind oder wie auch immer, ja. Genau, aber die sind auch sehr abergläubisch, also da weist dann Poppy irgendwie auch drauf hin, von wegen, wenn du den jetzt hier mit dir rumschleppst, dann werden alle irgendwie sagen, oh ja, also alles, alles Unheil ist erst, äh, über uns gekommen, seitdem der Typ hier ist, ne? Mhm, ja, ja, genau, also alles so, führt so ein bisschen darauf hin und sie sagt, oh, es muss aber eine Bedeutung haben, dass er genau hier gelandet ist, äh, der Karren entkommt ihn kurz, aber sie fangen ihn offensichtlich wieder ein, ohne dass der Mann allzu großen Schaden nimmt und sie verstecken ihn in so einem selbstgebauten Kokon mit so einer Decke. Und dann halt, ähm, sagt sie, ja, ich, äh, fühl mich verantwortlich und, äh, mal sehen, worauf das, äh, hinausläuft. Fand ich von der Schreibe her tatsächlich, also das muss ich schon mal sagen, äh, hier merke ich schon wirklich eine andere Handschrift. Es ist, es ist sehr viel, es ist sehr viel, äh, Dialog getrieben auf eine natürliche Art und Weise, es ist, es fließt ein bisschen mehr. Ja, es, es, es wirkt so, ja, irgendwie natürlicher, ne? Also, das, das, äh, auch fast schon so ein bisschen Walk and Talk eigentlich, ne? Das fiel mir nämlich in der ersten Folge vor allem auf, dass alle, die irgendwie miteinander reden, immer bedeutungsschwanger irgendwo stehen. Und das hier ist so ein bisschen, hier, hier kommt eigentlich fast so eine, ich weiß, du kannst hier nicht leiden, aber hier kommt fast so eine Aaron-Saw-Kennote rein. Und ich mein, äh, und ich mein, zugegeben, zu den Elben passt das, aber hier ist allgemein, das ist allgemein sehr viel mehr Bewegung und Action in den Dialogen diesmal. Ja. Ähm, wo es ein bisschen, die, die, die DarstellerInnen haben alle so ein bisschen mehr zu tun währenddessen. Ja, durchaus. Also, es hat so ein bisschen besseren Flow. Christopher, wie war so deine Meinung? Hast du da auch so ein bisschen, äh, äh, eine Veränderung gespürt in den Dialogen? Ja, ich mochte die Chemie zwischen Poppy und... Nori. Hält sie noch mal? Nori. Ja, genau, Nori. Ich mochte die Chemie zwischen den beiden, ich fand den Dialog auch humorvoller als alles, was wir in der ersten Folge hatten. War ein bisschen mehr down to earth in dem Falle, doch. Aber wie wir halt, na, die erste Folge, wie wir ja festgestellt haben, war im Prinzip nichts anderes als Exposition. Sie haben sich vielleicht große Mühe gegeben, das zu verbergen. Aber das, das war einfach eben eine Lawine an Informationen, die da auf einen einprasselte. Und hier kann man sich jetzt Momente nehmen für, für mehr Charakterinteraktion. Das hat man später auch noch. Und das fand ich, ja, ja, der Einstieg war ganz lustig, wie sie ihn da auf der Karre wegfahren. Du hattest ja insgesamt, ich weiß nicht, ob du es jetzt im Cast gesagt hattest oder auf Mike, dass sich das für dich, also ich meine, du bist ja längst nicht so in der Law drin. Ja. Und das ist ja auch sehr, sehr, sehr viel Information für dich gewesen. War das jetzt insgesamt betrachtet in der zweiten Folge angenehmer für dich oder, weil du hattest ja wirklich schon gemeint, es fühlte sich an wie Arbeit für dich. Ja, das hat sich in der zweiten Folge auch so fortgesetzt. Es gab natürlich hier und da ein paar heitere Momente, aber ich habe auch zu keinem Zeitpunkt reingefunden. Okay, ja, gut. Werden wir vielleicht noch so ein bisschen rauskristallisieren, was da vielleicht so die Ursachen von sind. Auf jeden Fall machen wir dann einen Switch. Einen Übergang zum brennenden Ort, wo wir auch aufgehört haben bei A und D und Braunwind. Auf keine, keine menschlichen Leichen irgendwo zu sehen. Ja, der Boden ist zerklüftet wie nach einem Erdbeben, aber es gab anscheinend keins. Nee, in einem der Häuser finden sie quasi den Einstieg zu einem Tunnel, was mich so ein bisschen erinnert hat an, ach Moment. An Super 8 von J.J. Abrams, wo sie ja auch diese Löcher finden in den Häusern. Und wo er dann sagt, oh, irgendetwas hat das gegraben von unten. Und ich werde mir das genauer anschauen und du läufst mal zurück und warnst die anderen. Genau, auf jeden Fall geht er dann nach unten. Relativ kurz läuft das ab, ich weiß leider nicht mehr, wo es dann weitergeht. Es geht weiter mit einem weiteren neuen Ort. Ach ja, richtig, wir sind in Eregion. Genau, Reich der Elbenschmiede. Genau, und Eregion habe ich aufgehorcht gleich, weil das kannte ich, weil das wird in Herr der Ringe erwähnt, wo es allerdings unter dem Namen Hulsten bekannt ist. Dort kommen die Gefährten durch auf dem Weg zu den Nebelbergen. Also hatte ich da schon eine Ahnung, oh, ich weiß, wo das ungefähr liegt. Wo ich dann aber auch dachte, dann haben die ja schon eine ganz schöne Strecke jetzt zurückgelegt. Wer weiß, wie lange. Weil hier beginnt etwas mit Schauplatzhopping, auch mit den Charakteren selber innerhalb relativ kurzer Zeit, obwohl wir halt nicht wissen, wie viel Zeit vergeht. Aber eben dadurch, dass wir diese Storylines alle parallel erzählen, denke ich mir halt, die laufen nicht zeitgleich ab. Jedenfalls nicht komplett. Weil hier müssen durchaus einige Charaktere, müssen hier Tage unterwegs sein eigentlich. Also das dürfte auch manche hier dann schon stören. Das fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie diese berühmt-berüchtigte Schnellreisefunktion in den späteren Staffeln von Game of Thrones. Also manche haben jetzt bestimmt gehofft, oh, Elrond macht sich jetzt erst mal auf die epische Reise und ist die ganze oder die halbe Staffel zumindest unterwegs. Nö, er kommt hier einfach an. Aber ich muss sagen, also das hier war wirklich ein Money-Shot, der mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das hat man auch schon in den Trailern gesehen, aber das sah, also Eregion, das sah so unfassbar und wirklich erhaben aus. Also das hat mir wirklich die Augen und auch ein bisschen das Herz geöffnet. Das war toll. Und dann reden sie gleich über etwas, was du schon jetzt in unserer ersten Besprechung gemacht hast. Ja, dann geht mir umso mehr das Herz auf. Gehen sie auf die Deep-Lore ein. Ja, aber richtig, sie gehen einen Moment wirklich richtig Deep-Dive machen wir eigentlich. Denn was wir zuerst zum Gesicht kriegen, bevor wir überhaupt jemanden sehen, ist Feanor's Hammer. Also Feanor, derjenige, der die Silmaril geschmiedet hat, der ja auch, also Feanor ist ja dann der, der diesen Schwur geleistet hat und dann halt gegen Morgoth in den Krieg gezogen ist. Und sich gesporen hat, seine Silmaril zurückzuholen. Und hier wird es dann auch nochmal erklärt, das sind nicht irgendwelche Edelsteine, sondern das sind wirklich die Juwelen, in denen das Licht Valinors bewahrt wird. Kele Brimbor, der dann ja dort mit Elrond steht, sagt dann, dass sich erzählt wird, dass Morgoth so verzückt davon war, dass er wochenlang in den Silmaril gestarrt hatte, die er gestohlen hatte. Und dass dann irgendwann seine Tränen auf den Stein fielen und dass er dann aber seine eigene Bosheit darin widergespiegelt sah und seitdem dieses Licht abgrundtief hasste. Also sprich eigentlich sich selbst irgendwo, ne? Fand ich eine tolle Dialogzeile tatsächlich. Ist alles cool. Ich meine, du hast da erstklassige Schauspieler, die das gut rüberbringen. Für Christopher war es wahrscheinlich nur Bahnhof, ne? Ja. Kurz und schmerzlos, ja. Ja gut, du bist da gar nicht reingezogen, ne? Irgendwie. Nein. In die Lore. Okay, schade. Ja, dann stellt dir so sein Proposal vor, wo er halt etwas bauen möchte. Hm. Ich weiß nicht mehr genau was. Soll das eine Schmiede sein? Ja, sie wollen auf jeden Fall irgendwie einen Turm erbauen und Teil dessen, dieses Bauprojekt soll auf jeden Fall eine gigantische Schmiede sein, wie die noch nie jemand gesehen hat. Und wir können uns dann denken, was da geschmiedet wird. Nämlich wahrscheinlich irgendwann, also jetzt wahrscheinlich noch nicht, aber es wird dazu kommen, dass Celebrimbor dort die Ringe der Macht schmiedet. Aber ich sage jetzt nicht, mit wem zusammen. Genau. Und allerdings muss das Ding relativ schnell fertig sein, bis zum Frühling. Und so ausgehend davon, dass ja, darauf sind wir gar nicht eingegangen, in der ersten Staffel hatten wir kurz, ähm, von diesem schönen Elbenbaum dort bei Gilgalat fällt ein Blatt hinunter, welches so mit schwarz durchzogen ist, mit so einer, mit so einer, auch mit so einem schwarzen Ding. Und eben das, das soll so mit symbolisieren, welche Jahreszeit ungefähr ist. Ich schätze mal, wir haben so ungefähr Frühherbst. Und was ja durchaus bedeutet, ja, bis zum Frühling so ein Projekt fertig. Ach du meine Güte. Ja, wir sind hier nicht in Mittelerde, ne, wo, äh, ach, in Mittelerde, in Westeros, wo, äh, die Jahreszeiten ganze Jahrzehnte dauern. Genau, also, das ist, äh, äh, da bräuchte man unfassbar viele Kräfte für, das ist ein nie dagewesenes Bauprojekt und das schlägt Eiron vor, wie wär's, wenn wir uns Hilfe von außerhalb holen. Äh, wo wir dann einen, einen kurzen Kartensprung machen, äh, von dort aus ist es nicht allzu weit weg, äh, bis nach, äh, Katzadum, äh, dem, 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 dem Zwergenreich, welches wir. Moria. Bisher, genau, in Herr der Ringe, welches wir bisher halt nur als, als Ruinen kennen. Umso, umso gespannter war ich darauf, das in, in, mal in Aktion zu sehen und damit halten sie auch gar nicht lange hinterm Berg. Sie kommen auf jeden Fall, ähm, dorthin, also das ist jetzt wirklich ein beträchtlicher Zeitsprung, obwohl die Reise nicht allzu weit ist. Kommen beide dorthin und, ähm, etablieren dabei, ich bin, ich bin befreundet mit dem Zwergenprinz Durin. Ja, und Celebrimbor bewundert die Zwerge tatsächlich für ihre Handwerkskunst. Genau, war noch nie da, aber würde gerne alles sehen und hat gesagt, die haben in letzter Zeit wohl einen ordentlichen Schritt nach vorn gemacht mit dem Ausbau von allem. Und dann gibt's hier eine sehr schöne Anspielung auf, äh, die Peter-Jackson-Filme, denn Elrond sagt, äh, ja, sie werden uns irgendwie empfangen mit, äh, sie werden Ochsen schlachten und wir kriegen Pökelfleisch und Malzbier. Ja, das ist, das ist mir aufgefallen. Das ist, das ist, das war so für mich der, die offensichtlichste Parallele, wo ich mir dachte, ja, hier wollen sie das definitiv haben. Kommt zu dieser Tür, ähm, ich schätze mal, das ist eine andere Tür als die, die die Gefährten kennen. Es ist, es ist das West-Tor von Moria, also nicht, nicht dieses Ost-Tor, wo man da irgendwie sprich Freund und tritt ein. Nee, nee, das, das, das ist ja auch das West-Tor. Ist auch das West-Tor? Okay. Ja, das ist auch im Westen. Ähm, das Ding ist halt, ich schätze mal, es ist nur ein etwas anderes, ähm, Tor. Oder aber vielleicht haben sie das Tor, das Tor später nochmal verändert. Könnte gut sein, dass es eine selbe Gegend ist. Ah, ich hab mich jetzt vertan, stimmt. Ja, es könnte gut sein, dass es dieselbe Gegend ist, es sieht nur noch nicht genau so aus. Es ist auf jeden Fall so eine sehr, eine sehr, sehr schmale, kleinere Tür. Ja, die so ein bisschen was von Jabba's Palast hat irgendwie, ne? Aeron möchte rein, wir sehen so eine Zwergenmaske dahinter von dem Helm, aber er wird abgewiesen. Und dann dachte ich halt, als er sagt, oh, ich hab eine Idee, und ich dachte, oh, sagt er jetzt Melon? Ja, ich dachte es auch. Ich dachte es auch, ja. Aber nein, er fordert etwas ein. Etwas, von dem wir bisher noch im Dunkel gelassen werden, was es ist. Ja, und da war ich wirklich so, also da hab ich mal kurz pausiert und wirklich googeln wollen, und dann hab ich's doch gelassen. Er fordert oder, ja, doch, er erhebt Anspruch auf den Ritus von Sigging Farag, oder wie das heißt. Ja. Und wir erfahren dann aber später, was es ist. Auf jeden Fall scheint es gefruchtet zu haben. Die Tore öffnen sich. Und die Zwerge nehmen aber nur Elrond in Empfang. Da kommen dann auch tatsächlich einige raus, und da sehen wir dann tatsächlich zum ersten Mal wirklich die Größenunterschiede. Also Elrond und Celebrimbor sind sehr, sehr lang und groß und elegant, und die Zwerge wirklich eher gedrungen und klein. Und sie sehen ähnlich aus wie im Hobbit. Ja, aber nicht halt hundertprozentig. Es ist durchaus ein eigener, so ein etwas allgemeinerer Take, jedenfalls da auf den ersten Blick. Ja, ja. Trotzdem halt, trotzdem halt definitiv cool. Die haben diese, diese, diese Maskenhelme auf. Ähm, dazu, hier sieht man auch zum ersten Mal so richtig so diesen, diesen Größenunterschied, dieses Zusammenspiel. Und, ähm, es ist hier wirklich seamless, was diesen Effekt angeht. Wo man halt, ich könnte mir auch gut vorstellen, vielleicht hätten sie tatsächlich kleinere Darsteller in diesem Fall unter denen, weil die tragen ja diese Ganzkopfhelme. Ähm, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall nehmen sie ihn mit rein. Und da, da bin ich einfach, also da, da hatte ich so ein bisschen Fan-Gesum, muss ich sagen. Mhm. Äh, sie kommen da rein und wir sehen einen Teil von Khazad-Doom, so in der, in der Hochzeit. Und, ähm, wir sehen da das Zwergenvolk, wir hören Zwergenchor im Score und, äh, und, 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 ach, und es, es war, es, ich fand's, es sah so wunderschön und cool aus. Und da dachte ich so, oh, das ist, das, das ist, ja. Ja, Oma, Oma Samwise Gamgee aus der, äh, aus einer ähnlich gelagerten Szene in, äh, die Gefährten zu zitieren, ein wahrer Augenöffner. Also, das hat mir auch wirklich, das, das hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Also, der Detailreichtum war da auch großartig. Vor allem, du hast auch das Gefühl, dass, äh, Zwerge, also dann auch später dann in diesem, diesem, ich nenn's jetzt einfach Maritus-Raum, kein Zwerg sieht gleich aus, hast du das Gefühl. Oh ja, das ist, äh, das ist sehr individuell. Und auch ein tolles, äh, tolles Detail fand ich, das hatte man gesehen, das erinnerte mich auch sehr an Game of Thrones. Äh, da ist irgendwie so ein riesiges, wie so ein riesiges Brennglas, was irgendwie das Licht verteilt in der Halle. Mhm. Das fand ich, also ähnlich, ähnlich wie dieses Instrument, was da hängt in der Zitadelle in, äh, Game of Thrones, was man ja auch im, im Vorspann ganz prominent sieht, ne? Ja. Christopher, wie hattest du dir das denn so vorgestellt? Vorgestellt hab ich mir gar nichts. Was sollte ich mir da vorstellen? Ja, ähm, weil ich mein, du hast ja, also als Vergleichspunkt, äh, hast du ja zum Beispiel auch hier den, äh, den Erebor in, in, äh, im ersten Hobbit oder auch dann im zweiten, der ist ja schon sehr eindrucksvoll auch. Ja. Das ist ja wirklich wie gefühlt eine ganze Stadt in den Berg gehauen, ne? Ja. Auch hier haben die eine eindeutige Abneigung gegen Geländer. Stimmt, ja, auch ja. Ja, wie bei Star Wars, ja. Aber nee, das, das, also es hat mich, ich, ich hab so, ich hab schon an den Erebor auch denken müssen, aber der verblasst ja dagegen, also das ist, das vor allem, das geht so tief rein in diese, in diesen Berg, das ist unglaublich. Also man hat ja schon die Ausmaße gesehen in, in die Gefährten, wo sie da irgendwie durchstolpern durch Moria, wie tief das da ging und wie tief die da geschürft haben nach Mithril. Aber ihr habt mal eine Ahnung davon, wie sie dort leben, du siehst da, du siehst da Andeutungen von so, von so, von so Erntefeldern auch unter der Erde. Ja, toll. Also wo da, wo da Pflanzen wachsen, du siehst, du siehst da irgendwelche Zugtiere weiter unten, du siehst da, du siehst da Leute, die in irgendeiner Form zugange sind, etwas, was aussah wie eventuell wie ein Barbier oder so, also auf jeden Fall jemand, der dort zugange ist und du siehst da wohl, sowohl Männer als auch Frauen, dann kurz darauf dann auch, ja, im Detail, also es ist ein, ein unfassbarer Ersteindruck, der, der audiovisuell also fantastisch ist und eben auch Elrond staunt sehr, also Elrond ist überwältigt von dem ganzen Zeug. Ja. Und die Zwerge sind ein bisschen grob. War er schon mal da? Ich weiß gar nicht. Ich schätze mal, dass er dort war, aber halt halt, es sind halt 20 Jahre vergangen und da hat sich wohl einiges getan. Stimmt, ja. Ja, das merkt man dann ja auch, dass er da so halbwillkommen ist aufgrund dieser langen Zeit, ne? Kommen sie da in den, äh, in diesen Raum hinein, wo dann halt, da sieht man halt die ein bisschen mehr im Detail und ich mochte sehr, äh, wie die allgemein aussahen, weil die sind alle so, du hast da so halt wirklich ordentliche Make-up-Appliances, du hast da übertriebene Bärte, du hast dicke Nasen, ähm, einige sehen ein bisschen menschlicher aus. Es gab eine große Kontroverse im Vorfeld, weil hier sind die Frauen tatsächlich bartlos. Ja. Mich hat das, mich hat das persönlich nicht gestört. Ich dachte halt, ja, da haben sie sich entschieden, gut, different take, wie auch immer. Ähm, weil allgemein ist es auch in anderen Lores, ist halt so, dass Zwerginnen Bärten haben, sogar im Hobbit-Film siehst du, äh, Zwerginnen, die so Bart-Andeutung haben und so. Ja, von hinten. Ähm, hier ist es halt eben, äh, nicht der Fall. Ich dachte mir, eventuell, es war, es war eine ästhetische Entscheidung, je nachdem, wie auch immer. Ähm, mich hat's nicht gestört. Ähm, ich fand einfach, dass das Aussehen von denen, fand ich einfach so schön und die Art und Weise, wie sie dort, äh, dort umgehen. Das hat einfach, das, so müssen Zwerge sein, so müssen Zwerge auftreten. Genau das, genau diesen Eindruck hatte ich einfach davon, weil ich bin, ich meine, das ist halt auch der Laper in mir, ähm, aber das hat einfach so pure, es ist so schön, äh, Zwerge in dieser Art, äh, visualisiert zu sehen einfach, weil man halt gerade in, in Herr der Ringe hat man nicht sehr viel von ihnen gesehen und im Hobbit nur ein klein bisschen mehr. Aber selbst da war es so ein bisschen Staffage eher. Und, ähm, und hier finde ich halt, da hat, ich, gibt's sehr viel Potenzial, das noch mehr auszubauen. Finde das ein toller Ersteindruck in der Folge. Ja, ich find's auch toll mit den, ja, gut, mit den, mit den bärtigen, äh, Zwergenfrauen ist ein Punkt. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, also insbesondere im Hinblick auf diese, äh, die ja dann Durins Frau spielt, da kommen wir ja gleich noch zu. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht auch die Darstellerinnen das nicht wollten und das ist natürlich vielleicht auch so ein, äh, vielleicht ist das auch so ein bisschen erniedrigend dann irgendwie auch rein ästhetisch, ne? Genau, wie gesagt, das ist eine ästhetische Entscheidung durchaus, denk ich mir. Wo sie halt, vielleicht dachten sie die Angst, vielleicht sieht das unfreiwillig komisch aus oder je nachdem. Aber man hätte's ja vielleicht so andeuten können, also, ich mein, man hätte damit ja unterstreichen können, dass das vielleicht noch sehr junge Zwerginnen sind. Ich bin da so, ja, weder so auf der einen noch auf der anderen Seite, also, man hätte vielleicht um, um, um das Ganze auch so ein bisschen, weil das sieht, die sehen halt dann auch so ein bisschen langweilig daneben irgendwie aus. Ich find nicht, ich find nicht unbedingt langweilig, weil man sieht halt viele dort, äh, dort im Hintergrund, sie sieht man ja später da noch im Detail. Ich finde, dass die eine tolle Ausstrahlung haben und so, aber halt, ähm, ich weiß, ich meine, wenn die halt, äh, im Hobbit-Film Thorin dann einen extrem kurzen Bart geben können, sodass er eher aussieht wie im Aragorn, äh, dann, dann finde ich, dann, dann können die hier dann mit davon kommen, dass, ah, dann haben unsere Zwerginnen halt keine, äh, Bärte. Ähm, ich, ich wüsste, ich, 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 weil, keine Ahnung. Ich meine, vor ein paar Jahren hatte ja, ich hab den nicht gesehen, aber dieser, 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 dieses Musical da mit Hugh Jackman, Greatest Showman, da hattest du ja eine, eine von diesen bärtigen Frauen sozusagen da als, als einer der, der, der prominenteren Nebencharaktere und so. Das war eine echte, bärtige Frau, ja. Ja, und das, und da eben hattest du, ähm, man, man sollte halt meinen, das ist, weil der Film war ja ein großer Erfolg und ist sehr beliebt, dass das vielleicht, weiß nicht, dass man sich das dann vielleicht hier in dem Fall auch hätte trauen können. Wer weiß, was der Grund dafür ist. Die haben sich's nicht getraut, das ist, es ist, du musst bedenken, äh, äh, generell die Serie ist ja schon irgendwie relativ, also die, die sucht sich schon die ähnliche Zielgruppe wie die Filme und irgendwo kann man das auch nachvollziehen, weil Amazon hat nun mal wirklich ein Vermögen da reingepumpt und dann wollen sie auch die am breitesten mögliche Zielgruppe haben. Und sie wollen eben auch neue Leute garantiert abholen damit und ich schätze, vielleicht wollen die die nicht konfrontieren mit etwas, das dann vielleicht denken die, ah, das geht vielleicht dann doch eine Spur zu weit, weil bei Fantasy verlangt man den ZuschauerInnen allgemein schon eine ganze Menge ab, weil es gibt da längst Leute, die längst nicht so aufgeschlossen sind wie andere und deshalb ist das einfach dann Zugeständnis an die Masse, könnte ich mir vorstellen. Bisopha, wie war so dein Eindruck? Ich fand diesen, diesen Ritus lustig, weil ich hatte keine Ahnung, was machen die jetzt? Vielleicht machen die Wettessen oder sowas, nein, wir kloppen jetzt Steine. Ist natürlich für einen feinen Elben dann natürlich keine Königsdisziplin. War von Anfang an ein bisschen unfair. Ja, aber das war ganz nett, also, äh, da kommt ja dann, genau, ich glaub, ich glaub, Durin der Vierte ist es genau, der ist ja noch der Prinz, weil Durin der Dritte ist ja der amtierende König, den werden wir ja später noch sehen. Gespielt vom großartigen Peter Mullen, den man aber kaum erkennen kann. Ich wusste nicht, dass er, ich hatte, ich hatte schon vergessen, dass er mitspielt und ich hab den dann noch gar nicht erkannt. Ja, hier gespielte Durin, Prinz Durin, gespielt von Orway and Arthur, den ich auch vorher nicht kannte, aber der macht einen grandiosen Ersteindruck. Sieht sehr zwergisch aus, sehr angemessen. In der deutschen Synchro allerdings, äh, haben sie den irgendwie gar nicht getroffen, finde ich. Ja, es klingt ein bisschen anders, ja. Der klingt viel zu hoch irgendwie. Es fehlt einfach der, der Akzent, ähm, der, der Schauspieler ist auch Valisa, ich, ich glaube, er ist, ich glaube, der Akzent ist eher schottisch im Original. Ähm, er klingt halt wirklich wie, äh, wie, wie Dain im, im, im Hobbit. Er hat halt, er hat wirklich diesen, ähm, auch diese, diesen, diesen, diesen Flair. Aber ja, ganz, ganz wundervoll, ganz wundervoll pompös, ähm, Elrond ist so leicht amüsiert, aber auf jeden Fall stellen sie das vor. Wir, wir zerkloppen hier Steine, bis einer nicht mehr kann. Der Verlierer wird verbannt. Falls der Elb gewinnen sollte, darf er einen Gefallen einfordern. Genau, also das ist ja dieses, äh, dieser Ritus von Sighin, äh, Farag. Äh, hier wird dann auch, also, Durin lässt es mal kurz fallen, äh, dieses Ritual hat Aule persönlich geschaffen. Also diese Zwergenprüfung. Aule ist der Valar, der insbesondere die, äh, die Zwerge erschaffen hat. Tatsächlich. Das war auch ein schöner, schöner Name-Drop an der Stelle tatsächlich. Das ist mir auch, das ist auch über mich hinweg gekommen. Echt? Aber, ja, das, ich hatte da keine Ahnung von. Aber das, ähm, genau, die fangen, die fangen damit an und, und wir behalten das dann relativ schnell. Aber ja, es ist halt, auf jeden Fall, man kriegt einen schönen Eindruck davon, wie die Zwerge ticken. Ja, wenn, 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 also, ich glaub, die Bedingungen sind ja, wenn Elrond verliert, dann wird er für alle, äh, Zeiten verbannt aus sämtlichen Zwergen landen und reichen. Und wenn er gewinnt, dann gewähren sie ihm einen Gefallen und, äh, dann fangen sie an, eben mit einem Stein, äh, mit einem Stein, mit einem Hammer Steine zu zerkloppen. Und das sind auch wirklich, das sind solche, die, die, äh, weiß ich nicht, die meine Mutter irgendwie mit, mit Katapulten schleudert oder so. Ja, also wirklich richtig dicke, massive Brocken, Felsbrocken sind das schon. Sehr, 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 sehr groß und, ja. Ja, fand ich eine ironische Szene, ja. Ja, das war sehr, sehr, sehr hübsch. Hatte, hatte ein bisschen, also auch so diese Dynamik zwischen Elb und Zwerg, das erinnerte auch so ein bisschen an das Trinkspiel zwischen Gimli und Legolas, ne? Ja, durchaus. Genau, weil halt dadurch eben, äh, hier, hier merken wir jetzt schon irgendwas und um Errond merkt halt auch irgendwas, stirbt nicht ganz, weil äh, wir dachten ja, oh, die sind noch befreundet, aber Durin benimmt sich nicht wirklich wie ein Freund hier. Nee, der ist sehr ruppig. Genau, und da, da merken wir schon, uff, da ist, da ist irgendwas los. Mal sehen, was. Ja, der wollte ihn ja auch erst nicht reinlassen, darf man auch nicht vergessen, ne? Genau. Dann aber gehen wir davon schnell weg, ich weiß leider nicht mehr, wohin. Äh, wir gehen wieder zu den Haarfüßen. Ah, ja. Äh, Nori, die nach dem Kometenmann, wir nennen ihn jetzt einfach Kometenmann, äh, sieht und der ist aber, äh, nicht in dem Nachtlager, was sie ihm da eingerichtet haben, sondern wüht eben für ihn Dreck rum. Genau, äh, zeichnet Sachen in Steine, äh, wird eben kurz, da ist eben wieder auch eine Gandalf-Parallele, ich, 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 falls ihr den ersten Teil nicht gehört habt, ich habe gemutmaß in der ersten Folge, das ist Gandalf, in seiner Ursprungsform sozusagen, und nämlich hier, da, da hat er einen kurzen Ausraster, weil er sich erschreckt und da verdunkelt sich halt alles um ihn herum, so die Bäume neigen sich, es sieht alles sehr cool aus, aber es hat eben diesen ähnlichen Effekt wie, 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 wie Gandalf, als er kurz so ein bisschen wütend ist auf Bilbo. Das ist, diese, die visuelle Parallele ist groß genug, wo ich mir dachte, ist das beabsichtigt? Ja. Das könnte auch Zufall sein. Auch wenn ich jetzt überlege, dass er da irgendwie was in den Stein ritzt. Ja, und nämlich eins davon sieht aus wie die Gehrune. Ja, oh man, du hast, du hast echt recht damit, so langsam. Ja, deshalb, deshalb, und das könnte wirklich sein. Da hat sich das verfestigt und da hat er diesen einen Stock und ich dachte kurz, oh, wird der Stock jetzt länger oder so, wem nachdem. Ja. Auf jeden Fall schafft es sich, ihn zu beruhigen, versucht mit ihm zu reden. Er ist offensichtlich noch nicht ganzer Sprache mächtig oder wirkt sehr verwirrt, imitiert ihre Gesten. Sie macht so eine schöne Begrüßungsgeste, wo dann auch so Worldbuilding hinzugefügt wird. Sie stellt sich vor, aber er plappert sie nur nach. Also er hat noch keinen Namen oder weiß nicht, wer er ist. Sie bietet ihm Essen an, sie, die saugen da Schnecken aus. Die Schnecken wurden schon etabliert, aber er isst sie mitsamt Schale, was eigentlich nicht sein sollte. Ja, aber auf jeden Fall ist da eine gewisse Bindung zwischen ihnen. Sie ist fasziniert, stellt sich ein bisschen ungeschickt an, aber ist sehr behutsam. Da kommt ihre Freundin dazu. Obwohl, naja, noch nicht ganz. Erst schalten wir kurz zurück zum Laden. Nee, sie wird irgendwie, sie soll im Dorf, also die errichten da irgendwie ein neues Zelt oder auf jeden Fall eins von ihren, das hat so ein bisschen was von Beduinen eigentlich. Ja, das ist wie gesagt so ein Nomaden halt. Also sie wollen so ein Baldachina richten. Sie haben ja gesagt, ein Fest steht bevor und das ist wohl dafür. Genau. Und sie wollte gerne helfen. Ihr Vater redet sich dann irgendwie raus, dass sie das ja machen soll. Also weiß ich nicht, da ist dann irgendwie auch so ein bisschen Dorfgezänkt, ne? Das ist eine etwas merkwürdige Parallelmontage gewesen, also der Kometmann zeichnet dann die ganze Zeit irgendwas mit dem Stock in den Dreck. Und parallel sehen wir dann, wie die versuchen, das Zelt da aufzubauen und Noris Vater, also der rutscht dann eben wie in den Balken weg und Noris Vater verdreht sich ziemlich übel den Fuß. Da habe ich gezuckt. Also sowas, mir ist sowas ja auch schon passiert. Ich habe mir zweimal den Fuß gebrochen und da kommen, da kommen unschöne Erinnerungen hoch. Also sowas ist gemein. Und ja, und ja, das zeichnet was in den Sand, was sie nicht zu deuten weiß. Ihre Freundin kommt dazu. Er rastet wieder kurz aus und sie beruhigt ihn. Und da eben, er hat halt, wie gesagt, hat sich diese Decke und so, hat sich so umgeschlungen. Er trägt jetzt so eine Art grauen Mantel. Auch wieder. Genau, genau. Richtig. Und er trägt nämlich auch die. Bin ich eigentlich blind? Ey, sorry. Ja. Aber wie gesagt, es könnte halt auch durchaus sein, dass das alles vollkommen aus der Luft gegriffen ist. Aber wie gesagt, das ist halt so überdeutlich. Das deutet schon sehr viel. Auch die Art und Weise, weil einige haben auch, seine Hände sind zu sehen auf einem der Teaserposter und so wie das Gewand ist. So halbfingerartig um seine Hände erinnert sehr daran, wie Gandalf seinen Mantel trägt in den Filmen. Was mir auch aufgefallen ist. Und wo ich mir dachte, es könnte auch nur Zufall sein. Aber halt, wie gesagt, es ist halt, je mehr und mehr nimmt das so ein bisschen, also mein Verdacht nimmt Gestalt an und ich finde, oh, das wäre nett. Aber ja, auf jeden Fall kommen sie mit ihm noch nicht sehr viel weiter, aber ihr Vater ist verletzt, sieht ein bisschen böse aus und sie ist sehr besorgt. Also sie ist sehr aufgelöst und weint ein bisschen und fühlt sich, glaube ich, auch ein bisschen schuldig dafür, dass sie nicht da war. Ja. Danach, ich weiß nicht mehr, wo wir danach sind. Also angenommen, der wird jetzt wirklich Gandalf, der Typ, dann tritt dieser, also hier Daniel Wayman, habe ich jetzt gerade aufgerufen, der tritt damit dann natürlich in ganz schöne Fußstapfen, weil die Rolle gehört nun mal in Maccae. Das ist fucking Sir Ian, Mann. Das ist eben, ja, das ist eben auch das das Problem mit diesen Legacy. Aber ich meine halt die Tatsache von, du hattest andere, es ist schon irgendwie lustig, weil bei den anderen, bei den anderen bin ich viel eher so, so, so akzeptiere ich das so sehr viel eher halt bei Galadriel, bei Elrond und so weiter, dass das diese anderen Schauspieler sind und hier halt eben, weil ich finde halt, der Typ hat eine coole Ausstrahlung, der hat einen coolen Blick drauf. Das wirkt sowohl wild als auch so ein bisschen enchanting. Also der hat durchaus so eine gewisse Aura und natürlich ist das hier noch nicht, falls es der, falls es Gandalf ist, es ist halt eben noch nicht der Gandalf, den wir kennen. Aber ja, es sind, es sind gewaltige Fußstoffe, weil meine Güte, das ist, das ist Ian McKellans Oscar-nominierte Rolle. Und ach, also es ist, ja, es ist so ambitioniert und schwierig. Also, oh je je. Christopher, wie, was, was meinst du, ist das wohl wirklich Ian McKellen 2.0 und hat der überhaupt eine Chance? Ja, wenn er es ist, dann wird es natürlich problematisch und dann muss er sich auf Fan-Backlash einstellen. Deswegen so hoffen wir mal, weniger für die Storyline hoffen wir mal im Sinne des Schauspielers, dass er es nicht ist. Oder aber, dass er entsprechend die Fußstapfen ganz toll auszufüllen vermag mit seinem Take, was auch immer das dann sein wird. Ja, das mag sein, aber wir wissen ja, wie das heutzutage funktioniert und wir wissen ja, keine einzige Fanbase ist frei von toxischen Leuten. Also, der Twitter-Feed oder der Insta-Feed oder was auch immer von diesem Mann, der wird dann geflutet mit Mails. Du bist doch voll schlecht und du bist nicht so gut wie Ian McKellen. Und du wirst es auch nie sein. Ja, richtig. Deshalb denke ich mir halt, dass sie noch nicht groß wirklich super doll etablieren, halt ihn als den Gandalf, sondern es wird halt so dieser, dieser, dieser wildere ursprüngliche Gandalf, falls er es denn ist. Und das wird in der letzten Folge irgendwie enthüllt, dass er Gandalf ist. Eventuell das, vielleicht machen sie es auch schon früher, aber halt, ich glaube halt kaum, dass der schon relativ schnell seinen klassischen Look annehmen wird. Ich schätze mal, das wird noch eine Weile dauern. Genau, das ist nämlich clever. Wenn sie das nämlich so lange wie möglich hinauszögern, nehmen wir mal an, die zögern das hinaus wirklich zur letzten Staffel, letzten zwei Folgen oder sowas. Ach nee, das glaube ich nicht, sie werden es eher bis zum Ende dieser Staffel rauszögen. Du hast dann eben so einen Moment, der nimmt den Stock in die Hand, der setzt den Hut auf und guckt nach oben. Aber ich muss sagen, also grundsätzlich, also wie sie es dann hier umgesetzt hätten, fände ich gar nicht mal so schlecht. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt wieder, es ist halt wieder was, wo sie sich unbedingt dann wieder auf Krampf irgendwo messen lassen müssen an Peter Jacksons Interpretation oder vor allem halt auch ihn McKellans. Es ist halt überlebensgroß in der Popkultur. Und auf der anderen Seite, ja, ist es halt irgendwo dann auch wieder Fanservice, ne? Also von wegen, wir ziehen Gandalfs Ankunft in Mittelerde mal eben so komplette 3000 Jahre vor. Und vor allem kommt der ja auch, also, da ist ja auch die Frage, wie kommen denn dann die anderen Istari an? Vielleicht, ja, vielleicht ein bisschen ... Also, die sind ja alle mit dem Schiff angekommen und vor allem Gandalf hat ja, das ist ja auch ganz wichtig, Gandalf hat nämlich bei seiner Ankunft von Kyrdan, dem Schiffbauer, einen der drei Elbenringe bekommen. Ah ja, also wer weiß, vielleicht ist das ja gar nicht. Er ist es, er ist es, glaube ich. Ich hab halt nur, ich hab halt nur diese Parallelen gesehen und weil ich wusste auch nicht, wie die dort hingekommen sind. Und ich dachte mir, das würde einfach passen. Also ich dachte mir, das passt einfach. Ja. Und vielleicht kommen die anderen irgendwie später nach. Wer weiß, irgendeine, es könnte sein, dass es irgendeine wichtige Figur von später ist. Ich wüsste jetzt noch nicht welche. Nee. Aber wie gesagt, ich dachte mir, es würde einfach, es würde einfach zu gut passen, wenn sie sich das einfach ein bisschen anders auslegen hier. Vor allem bei den Hobbits auch, ne? Also das ist schon ... Eben, ja. Also ja, und auch außerdem, das erste Name, den sie ihm geben werden in der Show, das würde ich ganz halb sein. Sie werden ihn irgendwie, weiß nicht, die werden dann so namensintelungen. Wir fragen die hier. Ja, ja, die Elben, ne? Ja. Ja, also irgendwer, weiß nicht. Ich glaube, das würde er dann dir. Ja, irgendwas in der Richtung. Mal sehen, mal sehen. Ich weiß nicht mehr, wo wir danach sind. Sind wir dann wieder auf dem Meer? Ja, wir springen zu Galadriel, die immer noch ordentlich am Schwimmen ist und kleiner Game-of-Thrones-Insider. Das hatte ich auch auf Twitter gelesen. Manche hatten sich echt gefragt, kommt ihr wohl Gendry mit seinem Boot entgegen? Aber letztendlich, genau, sie sieht eindeutig erschöpft aus. Ich glaube, ganz blau gefrohene Lippen, die Arme. Ja, so langsam ... Das ist sie dann wohl doch nicht gewohnt. Und Elben haben auch nicht ... Also ich meine, Legolas ist ja auch good in shape gewesen in ... Also jetzt hier Orlando Bloom. Aber so langsam stößt sie auch an ihre Grenzen. Ja, dann sieht sie ein ... Dann findet sie ein Floß. Erst mal hört sie ein Grollen. Erst mal hört sie, oh Gott, irgendein Monster ist da. Ja, sie spürt, dass da irgendwas ist und zückt dann auch so beim Schwimmen ihr Messer. Fand ich auch sehr interessant. Und dann findet sie ein Floß mit ein paar Schiffbrüchigen. Ein paar Männer und Frauen sind dort. Sie verbirgt, noch bevor sie richtig in Sichtweite ist, ihre Ohren mit ihren Haaren. Ja, schönes Detail. Ja, wo sie erst mal auf Nummer sicher geht. Die Menschen dort, denen geht's offensichtlich dreckig. Eine Frau will ihr dort helfen. Eine andere Person sieht da vollkommen aufgelöst aus. Und da sehen wir einen, der so ein bisschen heraussticht. Dessen Namen ich nicht ganz mitbekommen habe, leider. Ich weiß nicht, ob er sich überhaupt vorgestellt hat. Egal, die sind eh Kanonenfutter. Also ... Nee, ich meine, aber der Typ, der dann halt überlebt. Halbrand. Ah, Halbrand. Aber das kommt ja später. Also die Schiffsbrüchigen, die sind auch eher so ein bisschen ... Also die helfen ihr zwar, aber die sind trotzdem so ein bisschen feindselig. Und die brammeln die ganze Zeit was von einem Wurm. Genau. Und spätestens, als sie dann sehen, also als sie ihre spitzen Ohren sehen, werden die dann endgültig richtig aufsässig und feindselig. Und einer von denen ... Das war auch wieder schönes Name-Dropping, weil sie sehen ja, dass da irgendwie was aus der Ferne kommt und denken erst, es ist ein Schiff. Sehen ja auch so im Geiste so ein bisschen Segel. Und dann sagen sie, oh ja, nee, also pass mal auf hier. Weil sie denken erst, sie sind gerettet, aber dann sagt ein anderer, mein Gott, also hier ziehen Kursaren durch die Gewässer. Und auch eine schöne Anspielung auf die Kursaren von Umbar. Diese Piraten, die man gesehen hat im Verbund mit Sauron im dritten Herr-der-Ringe-Film. Genau. Aber dann kommt eben tatsächlich dieser Wurm ein Seemonster. Wir sehen es nicht ganz im Detail. Ich finde es sehr schön. Die lassen das so größtenteils unter Wasser und dann so im Hintergrund stattfinden. Wir kriegen so eine Ahnung davon, wie groß das Vieh ist. Auf jeden Fall müssen die auf dem Floß dran glauben. Galadriel kann wegschwimmen, kommt dann aber wieder. Und das nur kleinere Floß wird jetzt nur von dem Typ dort ... Was auch ein bisschen arschig war, diese Frau, die stößt Galadriel auch einfach ins Wasser. Wie so ein Dachsensack, also schon sehr assi. Und Galadriel flüchtet dann. Im Hintergrund sieht man, wie der Wurm ... Das fand ich ja auch ganz interessant, wie dieser Wurm mit seinem ... Ich sag jetzt hier ... Der hat ja auf jeden Fall irgendwas auf dem Rücken. Also halt wie so ein Meeresungeheuer, was weiß ich. Und der hat dann jedes Mal mit dieser Rückenflosse hat der eigentlich das Floß Stück für Stück so zersäbelt, könnte man sagen. Und das sieht man auch im Hintergrund. Wobei, ich muss zureden, ich hab mir echt vorgestellt ... Also, das hätte irgendwie auch ein Endboss aus einem Zelda-Spiel sein können. Also, das hab ich mir so richtig vorgestellt, wie da als Link so auf diesem Floß bist und dann jedes Mal runter muss, damit das erhalten bleibt, wenn dieses Viech kommt. Könnte ich mir so richtig als In-Game-Level vorstellen. Woran ich bei der Sequenz denken musste, da ist eine geschnittene Szene aus Willow, wo ursprünglich wird er dort auf dem Weg zu der Insel, wo die verwunschene Zauberin ist, wie auch immer, wird er von so einem großen Fisch angegriffen. Das ist eine Szene, die dann letztendlich geschnitten wurde. Und ich hab da Footage von gesehen und ich hab mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt. Es hat etwas sehr Oldschool-Fantasy-Märchenhaftes mit diesem sehr Ungeheuer und einem Floß durchaus. Und ja, die Szene dauert nicht lang, wie auch immer. Die war auch gut gemacht schon. Ja, ist durchaus ein bisschen gruselig. Auf jeden Fall schafft es sich dann doch wieder aufs Floß. Der Halbrand hilft ihr. Und dann sind wir da erst mal auch wieder von weg. Ja, wir landen dann ... Ich weiß nicht, Christoph, hast du noch was zu der Szene? No. Okay. Nicht dann. Ach nicht, freier Wille. Ja, wir sind wieder in Moria. Ja, Elrond zerkloppt immer noch lustig Steine im Wettstreit. Irgendwann zerspringt dann aber, glaube ich, seine Axt. Er kriegt eine andere gereicht mit einer Inschrift und merkt dann, hier kann er keinen Blumentopf gewinnen und gibt auf. Und die Zwerge prosten sich halt zu. Also hier Durin. Von wegen, sie können ihn jetzt eigentlich für immer verbannen. Er soll dann auch gehen. Und Durin sagt dann ... Oder Elrond fordert dann aber, dass zumindest Durin, der Hauseigentümer sozusagen, in Anführungsstrichen, ihn noch zum Ausgang begleitet. Und aufgrund dessen begeben sich dann beide in so einer Art Aufzug, wo ich mir echt so dachte, das habt ihr schon ein bisschen bei Game of Thrones geklaut. Weil es wirkte wirklich sehr wie dieses Ding, mit dem die die Mauer rauf und runter fahren. Jetzt ist es aber auch halt ... Es ist halt definitiv trotzdem zwergisch. Und das hab ich halt auch in anderen Tolkien-Adoptionen so in Videospielen und so gesehen. Also es passte absolut so mit in die Lore und all das. Es passte schon rein. Es wirkte nur so ein bisschen von der Präsentation her. Es hat schon sehr da dran erinnert. Es ist einfach visuell anders. Halt insgesamt, dass das Tolle ist, dass die Serie optisch nicht wirklich damit vergleichbar ist. Weil hier ist alles so viel bunter. Und so ein bisschen märchenhafter hat so diesen Glanz. Und ich finde, dadurch fällt es sehr viel leichter, das so als sein eigenes Ding zu betrachten. Ja, märchenhafter trifft es schon irgendwo. Also die ganze Optik ist schon ... Das find ich halt schön. Und dann entspinnt sich da ein bisschen mehr Gespräch, wo halt Elrond sagt, oh ja, es ist beeindruckt und so. Und dann kommt heraus, warum Doreen stinkig ist. Weil halt, ich hab dich 20 Jahre nicht gesehen. Das ist ein Liedschlag für einen Elben. Aber für mich ist das ... Du hast meine Hochzeit verpasst. Ja, und die Geburt von gleich zweimal der Kinder und so was. Ja. Es ist halt ... Und der ist halt ... Kein Wunder, dass er stinkig ist. Und es ist wirklich sehr emotional. Also wir sehen diesen Ruppigen-Zwerg, sehen wir hier wirklich sehr emotional, sehr verletzt. Ja, hab mich überrascht tatsächlich. Ja, es ist halt eine sehr, sehr hübsche Szene. Und dadurch eben ... Ja, und Elrond sagt, oh, ich gratuliere dir. Und vielleicht kann ich's wieder gut machen. Kann ich mich bei deiner Familie entschuldigen. Was eben auch so mit ... Das zeigt so mit so diese Andersartigkeit der Elben auch. Stellt das noch so ein bisschen dar. Wo man so denkt, meine Güte, ja, du hast den ... Ich meine, das war wohl ... Du kennst den übelst lange. Aber du warst dann 20 Jahre einfach nicht da. Das ist schon arschig. Aber so ist es halt mit den Elben. So ist es halt, wenn dieses Zeitverständnis so anders ist. Da wird das halt so schön verdeutlicht. Ja, das war so eine ... Hier merkt man wieder, ne, dass hier eine andere Dialogschreiber am Werk ist. Also während sie sich irgendwie durch den Raum bewegen oder was, äh, interagieren sie. Also sie stehen nicht jetzt irgendwie bedeutungsschwanger an einem Abhang oder so, sondern sie machen auch dabei irgendwo was. Es gibt Interaktion. Und das setzt sich dann ja auch weiter vor. Also wir lernen dann tatsächlich dann auch Durins Frau kennen. Die ist sofort superherzlich. Die freut sich tierisch. Ja, die, ähm ... Christopher, du hattest ja auch schon gemeint, die hat für dich funktioniert, ne? Ja, also einfach dieses Robuste und Ruppige und dann aber auch dieses vollkommen Gastfreundliche, was ja über die Zwergen immer behauptet wird. Das hat die sofort drübergebracht, die Herzlichkeit. Aber auch dieses, äh, ich lass mir nichts gefallen, wie sie dann auch mit ihren Mann zurecht weist. Ich fand die doch, ich fand die sehr passend darin. Ja, total. Sie sieht toll ausstaffiert aus. Sie war ja auch die erste Zwergin, die wir tatsächlich gesehen haben, von Promematerial, gespielt von Sophia Nomvett. Genau. Ähm, und sie ist, sie ist wirklich, sie ist sofort superherzlich. Sie umarmt Elrond und so. Und, äh, und wir hören, wir hören, ähm, Durins Musikthema im Hintergrund. So diesen, so diesen, äh, Marsch für, für Cello und andere Streicher. Es ist alles sehr hübsch. Wir sehen kurz seine Kinder, allerdings noch versteckt von so großen Masken. Ja, das war, das war ich ganz charmant mit den Kindern. Genau. Sie lädt ihn, sie lädt ihn halt ein, zum Essen zu bleiben. Und da ist so ein schönes Detail, was sie, wo, wo ich dachte, Mensch, wie so Els erzählen. Ja, so geil. Weil dann, äh, bevor sie dann essen, halt Elrond blickt auf diesen Baum. Und da, da steht so ein Baum in so einem Licht. Und ich dachte mir, der sieht vom, der sieht vom Look her aus wie ein Elbenbaum. Und Elrond sieht ihn an auf so eine, auf so eine, auf so eine, auf so eine wissende, dankbare Art. Und ich dachte sofort, das ist ein Geschenk von Elrond. Das ist, Elrond hat ihm diesen Baum geschenkt. Und dann im, im folgenden Gespräch stellst du heraus, ja, das stimmt. Ich dachte mir, es ist so schön visuell erzählen. Einfach schon vorher wissen wir, was los ist. Das ist klasse. Ja, also, ja gut. Also, ich hab mich so ein bisschen gefragt, was, was das jetzt genau ist. Aber dass das wahrscheinlich irgendwie, was, was ein Geschenk ist. Also, ja, also ich, ich fand's nett an der Stelle. Ähm, es ist, auch wie die sich dann da streiten halt wie so ein altes Ehepaar, ne, oder eigentlich eher so, so Kappeln. Äh, ich muss da sagen, also, die hatten auch eine gute Chemie miteinander. Ähm, ich hab jetzt auch nicht, also, äh, diese Sophia Nomvett, die hab ich auch in Interviews gesehen. Ja, die hat so ein bisschen, also, die hat in Interviews und so tatsächlich sehr raushängen lassen, dass sie jetzt irgendwie der erste weibliche Zwerg, äh, in, in, in diesem Universum ist, was eigentlich Quatsch ist. Weil, hattest du ja gesagt, in, 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 äh, im Hobbit hat man ja auch schon welche gesehen. Ja, gut, die waren halt eher so. Aber halt keine mit Sprechrolle ist halt das Ding. Ja, ja, keine Sprechrolle. Keine mit Sprechrolle. Und das ist eben, das ist schon, das ist schon cool. Das ist cool, dass wir endlich jetzt, äh, das ist schon, das ist schon cool. Da mehr davon sehen. Das ist, das ist schon etwas, worauf man, was, was besonders ist. Was mir nur halt wieder, muss ich halt jetzt wieder noch mal einbringen, was ja auch insbesondere, also, das waren ja die ersten Aufnahmen, die man so veröffentlicht hatte. Und das war ja da schon sehr, sehr hart, äh, umstritten. Also, auch von wegen, dass sie wieder keinen Bart hat. Und das hätte hier vielleicht aber auch sehr komisch ausgesehen. Äh, und es ist ja irgendwo auch die Königin, das darf man auch nicht vergessen. Oder Prinzessin in dem Fall, genau. Ähm, und, ja, also, vielleicht hab ich's im Hintergrund nicht gesehen, aber sie scheint mir tatsächlich die einzige, äh, äh, diverse Schauspielerin hier zu sein. Unter diesem ... Nee, sie aber tatsächlich nicht. Ich hab andere, ähm, dunkelhäutige Zwerge und Zwergi dann dort gesehen, in der Halle. Genau. Und, äh, ja, also, ich fand ihre ganz Aufmachung toll. Ich fand ihre Art, äh, toll. Sie ist auch, äh, ich hab auf Twitter gesehen, sie ist jetzt so ein bisschen so ein Fan-Favorite in gewissen Kreisen. Ähm, also, wo alle sagen, ach Gott, bewahrt sie, ich hoffe, ihr passiert nichts und so. Also, das ist halt sehr schön. Ähm, genau, sie erzählt ein bisschen was, wie sie sich kennengelernt haben und davon, wie sich, ähm, Durin auch um den Baum gekümmert hat. Und, ja, ist einfach ein sehr hübsches Gespräch. Natürlich auch hier, wieherum, das mit der, mit der, mit den Größenverhältnissen ist seamless hier. Ähm, das war halt auch schon deutlich bei, bei, bei der Szene vorher mit den Fremden und, äh, den, den Haarfüßen. Ähm, es ist, es sieht, es sieht toll aus. Also, es ist wirklich halt ohne jede, das ist ein absolut, äh, toller Effekt. Und hier sieht man aber auch, die Zwerge sind durchaus ein kleines bisschen größer natürlich. Wir, wir erfahren dann tatsächlich im Gespräch auch, dass es wirklich ein Schößling ist, den er da hat eingepflanzt hat. Also, Durin, ein Setzling von einem Baum in, äh, Lindon, also in dem Hochelbenkönigreich. Und, äh, man merkt dann auch, Durin steht echt so ein bisschen unterm Pantoffel seiner Frau, die ja auch sehr resolut ist. Und, äh, dann ... Aber sehr liebevoll trotzdem. Ja, ja, und dann drückt er sich doch irgendwie raus, so, ja, Elrond, ja, du sollst jetzt doch bleiben. Na, also ... Das wird dann noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Ja, fand ich auch eine schöne, charmante Szene. Und da bin ich dann, wie gesagt, auch froh, dass hier ... Also, man kann's nicht oft genug sagen, äh, die Dialogschreibe ist ja einfach anders in der Folge. Das ist jetzt nicht ein Unterschied wie Tag und Nacht, aber man merkt deutlich, dass hier jemand mit Erfahrung dran ist. Also, Props an, äh, Jennifer Hutchinson. Auch grandioses Produktionsdesign. Wir sehen hier zum ersten Mal tatsächlich eine Zwergenwohnung. Ähm, jedenfalls in diesem Universum. Also, Gemach irgendwo, ne? Ja, genau, Alter, ja, und das ist halt einfach ... Ja, es ist, äh, in gewissem Sinne ein bisschen kahl, spartanisch, aber es ist halt cool. Und, ja, wo wir dann landen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, dann kehren wir ... Oh, dann kehren wir wirklich wieder da in die Südlande zurück. Nee, wir gehen zu Galadriel und Halbbrand. Das ist aber auch ... Ach ja, das ist nochmal dann. Nicht Halb, Halbbrand, genau. Er hat irgendwas um den Hals. Genau, also er ist ihr auch gegenüber eher so ein bisschen ... Er ist nicht direkt feindselig, aber sie ist ihm doch irgendwie relativ gleichgültig. Er vermutet auch, dass sie eine Fahnenflüchtige ist. Und spricht dann ... Also, ja, genau, er trägt irgendwas um den Hals. Ein Königssiegel anscheinend. Und er erzählt dann irgendwie, ja, du kannst zwar nichts dafür, was mir passiert ist, denn die Orks haben mich aus meiner Heimat vertrieben. Und sie möchte dann aber unbedingt wissen, wo das ist. Aber er ist nicht allzu mitteilungsbedürftig. Und dann kommt so langsam ein Sturm auf. Und ich muss sagen, ich habe mich gefragt, wo kommt der jetzt her? Kommt der aus Hordon? Oder ist das eventuell sogar ein Numenora? Keine Ahnung. Eher nicht, ne? Keine Ahnung. Ja. Oh, ich weiß es nicht. Wer weiß. Vielleicht auch irgendwie so ein Heimatloser. Nee, er sagt ja auf jeden Fall ... Er redet ja von seiner Heimat. Ja, natürlich. Aber was das ist, das will er ja nicht so wirklich rausrücken. Oh, ja, ja, genau, genau. Aber er sagt auf jeden Fall, dass die von Orks zerstört wurde. Und sie sagt, für mich hin, ja, also es ist ... Puh, also da wird ihr Verdacht somit bestätigt. Und dann erst schalten wir rüber zu den Südlanden. Genau, mit einem ziemlich unheilschwangeren ... Hier, da ist ordentlich das Sauron-Thema zu hören von Bear McCreary. Was leider, muss ich leider sagen, zündet für mich persönlich gar nicht. Das klingt für mich leider ... Also ich weiß, du magst es sehr gerne. Du bist ja wirklich verliebt in den Soundtrack. Gehört nicht nur zu meinen Lieblingsthemen allgemein, aber ich finde, es ist effektiv mit dem Chor und dem Streicher aus Dinati. Okay, also jetzt in der Serie selber ist es okay. Aber als ich es irgendwie auf Spotify gehört habe, dachte ich mir so, ah, ja, gut, ja, generische, epische Fantasy-Musik, die so und so fehlte. Aber jetzt in der Serie ist es okay. Okay, jedenfalls sehen wir hier Bronwyn, die irgendwie in die Schenke rennt und die warnen will. Sie wird aber nicht so wirklich ernst genommen, aber sie sagt dann, ja, also irgendwas ist da. Und dadurch, dass die Elben hier abziehen, also die Garnision, sind wir jetzt hier völlig schutzlos. Und man merkt in der Schenke, ja, ist uns doch egal. Und es ist irgendwie ... Also es sagt auch selbst, sie serviert, es ist ein Segen, dass die Elben hier endlich weg sind. Also die konnten das nicht wirklich leiden. Und wir bleiben dann auch in dem Setting. Ich glaub, da wird dann ... Oh, Mann, ich gewöhne mich einfach nicht daran, dass ihr Sohn so einen stinklangweiligen Namen hat. Der haut dann irgendwie in der Hütte alles kurz und klein. Das hat er ja, glaub ich, auch schon in der ersten Folge gesagt, dass er irgendwie genervt ist von Mäusen, die unter den Dielenbrettern nachts irgendwie Stepptanz machen. Ja, aber anscheinend ist da was Größeres drunter. Genau, der hackt da wie bescheuert drauf ein. Und dann blitzt, glaub ich, noch sein Auge unter den Dielen auf, ne? Genau, da erschreckt er sich. Und dann sind wir in den Tunneln, mein ich. Ja, dann springen wir zu ... Ja, gut, ey, ist ja alles hier am selben Ort, ne? Christoph, war kamst du da überhaupt noch so mit? Ähm, also an der Stelle kommt doch der Fight gegen diese Kreatur, oder? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz? Noch nicht ganz. Okay. Nein, da kam ich offensichtlich nicht mehr mit. Okay. Aber ich meine, sind wir da noch in den Tunneln? Wir müssen da noch irgendwie in den Tunneln ... Ja, wir sehen einen Arondi, der durch diesen Tunnel kriecht. Und, äh, ja, das hat mich so dezent denken lassen an so was wie The Descent, wenn ich ehrlich bin. Ja, es hat was, gerade wenn er sich da so eine Spalte quetschen muss, sehr klaustrophobisch. Und Ratten kommen hinter ihm her und klettern über ihn drüber. Ähm, irgendetwas verfolgt ihn auf jeden Fall, irgendetwas ist da. Ja, er bleibt auch fast stecken, ne? Und er zieht auch irgendwas ... Das ist mir auch aufgefallen, er zieht irgendwas aus dem Stein. War das irgendwie eine Kralle oder so was? Nee, ein langer ... Ich glaube, ein langer Fingernagel, glaube ich. Okay. So fast schon eine Kralle, ja, ja. Weil da sind so Kratzspuren in der Wand. Und das ist, glaube ich, ein Fingernagel oder eine Kralle, das, was er da hat. Ja. Und dann wird er etwas verfolgt auf jeden Fall, rollt ins Wasser, kommt wieder daraus hervor und dann wird er von Händen ergriffen und weggezogen. Also das ist mehr als ein Wesen, ist da irgendwie unten. Ja, da kommen hier sowohl in der Szene als auch dann jetzt der folgenden ... Da kam für mich richtig durch, dass J.A. Bayona auch unter anderem Horrorfilme gedreht hat, ne? Ja, ja, ja. Das ist halt ... Das ist das Letzte auch, was wir von Aron hier sehen in dieser Folge. Ich schätze mal, dass ... Stimmt, der ist dann erst mal fast unten. Ja, da wird ein Gefangener sein in der nächsten, höchstwahrscheinlich, da wird er anfangen. Wir wissen erst mal nicht, was ist das für eine Kreatur, denn es ist relativ schnell offensichtlich, okay, es ist ein Ork. Anscheinend auch ein ziemlich alter und lädierter. Trägt erst mal so eine gruselige Knochenmaske, die er dann später losführt. Auf jeden Fall, ja, es ist eine ziemliche ... Es ist eine relativ effektive Horrorsequenz, wie das Ding rauskommt. Wir sehen es nicht genau. Wir haben so halbe Jumpscares hier und dort. Auf jeden Fall beide, Mutter und Sohn, haben sich an unterschiedlichen Orten versteckt. Genau, also Bronwyn kommt ja nach Hause und dann ist irgendwie ... Also ihr Sohn versteckt sich dann irgendwo und das ganze Haus ist irgendwie total verwüstet. Ja, und sie versteckt sich dann nicht mehr weg. Und Bronwyn soll dann eigentlich schnell Hilfe holen, aber kommt dann nicht mehr weg. Verstecken sich dann ja irgendwie hinter Dealen oder was. Und dann ... Ja, ich hab das Ding bei Jona-Horror. Oh ja, total. Und dann auf jeden Fall irgendwann verlierst du die Maske und es ist auf jeden Fall ein ziemlich hässlicher Orc. Sehr, sehr ... Gibt's hübsche Orcs? Ja, dieser hier ist eben halt ganz besonders eklig. Ja, ja. Er kriegt auf jeden Fall ein paar ... Es entspannt sich ein Handgemenge. Er kriegt ein paar Verletzungen ab. Auf jeden Fall, er wird in den Rücken gestochen mit irgendetwas. Sie schafft das. Ich glaube, sie spießt hier mit einer Säge auf, die sich dann verhakt. Ähm, es sah für mich aus wie eine Säge in irgendeiner Form. Ja, die irgendwie ... Ja, die Szene war ein bisschen komisch geschnitten. Ich glaube, mit innen der Klinge durchbohren die ihn, aber die hängt dann wiederum irgendwie ... Das ist ganz komisch gewesen. Der Junge hängt dann da irgendwie auch fast an einem Strick oder so. Ja, er versucht, er versucht ... Die war unübersichtlich, die Szene. Er versucht, das Ding zu erhängen, klappt aber nicht. Auf jeden Fall hängt das dann irgendwie fest. Ich glaube, sie reimt ihm eine Säge rein, die verhakt sich dann. Und dann schafft sie es ... Ja, sie köpft den. Ja, wir sehen nicht, wir sehen halt, wir sehen, wie sie zuschlägt. Aber dann halt harter Schnitt. Und dann legt sie den Kopf auf den Tresen da beim Wirt. Und so dachte ich, uh ... Das ist eine ... Das war eine super Überleitung. Die fand ich ganz gut. Uh, morbide. Und ekel, also da kommt wieder auch zum Vorstellen, okay, die scheuen sich nicht. Das ist schon ein bisschen ... Das geht ein bisschen deftiger zur Sache hier durchaus. Ja, das könnte vielleicht auch ... Schreibe ich vielleicht auch Jay bei Jona zu, tatsächlich. Ja, also das ist halt schon ein bisschen eklig. Und dann sagt sie, so, hier, wir sollten lieber alle abhauen. Und dann sagen die anderen, ja, ja, stimmt, oh Gott. Ja. Aber bevor wir da dann weitermachen, dann gehen wir wieder weg. Ich weiß nicht, sind wir dann im ... Wir sind wieder bei Galadriel. Ja, dann sind sie volle Kanne im Sturm. Wo sie, das lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Sie erseucht fast und er rettet sie mithilfe des Dolchs. Und dann klammern sie sich weiter am Floß fest. Ja, sie sinkt ja wirklich dann schon ... Also sie hat sich dann irgendwie, glaube ich, an so einem Tau oder was verfangen. Genau. Und sinkt dann ... Das dachte ich mir auch so, das ist irgendwie so ein bisschen wie bei Fluch der Karibik, wo es heißt, sie haben Stiefelriemen-Bill die Kanone an den Stiefelriemen gebunden. Ja, ja. Also sie sackt dann wirklich so unter Wasser. Und das war eigentlich auch keine schlechte Szene, wie er dann zu ihr runtertaucht und sich dann das Messer holt. Also das fand ich auch einen tollen Gegensatz, dass sie erst ihn rettet, als er über Bord geht. Und er dann sie rettet, als sie halt unter Wasser fast absäuft. Genau, sie greifen einander in den Händen, sie helfen einander auf jeden Fall. Ja. Ist jetzt ein bisschen mehr Vertrauen etabliert. Ja, und auch irgendwie in der Gefahrensituation ... Also es ist schon glaubwürdig, dass dann da auch irgendwie so ein bisschen das Eis bricht, ne? Zwischen denen. Die war auch durchaus stimmungsvoll inszeniert, so mit dem Gewitter, ne? Ja, fieser Sturm und Musik und alles. Dann, glaube ich, gehen wir zu den Haarfüßen wieder, wo sie den ... Wo es jetzt Nacht ist. Und sie noch mal den Fremden aufsuchen. Und da wird's so richtig mystisch, zauberhaft. Weil sie haben da Glühwürmchen ... In den Laternen. Oder Leuchtkäfer oder was auch immer. Haben sie in ihren Laternen eine davon. Aus einer davon fliegen die raus. Und dann flüstert er etwas den Glühwürmchen so wieder, dachte ich, so eine gewisse Parallele. Ja, das ... Wo ich jetzt, also ... Das fällt mir jetzt wieder ein. Als ich's gesehen hab, dachte ich mir, das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Weil es gibt ja diese Szene in die Gefährten, wo Gandalf mit nem Schmetterling spricht. Mit ner Motte, glaub ich. Mit ner Motte, genau. Wo die dann irgendwie Hilfe holt, die Adler holt da. Ja, genau. Und hier hat er diese Insekten in der Hand. Und er flüstert ihnen irgendetwas zu. Auf jeden Fall ist er sehr, sehr gentle mit denen. Und die formen ein Sternbild oder so etwas. Ist halt auf jeden Fall sehr, sehr mystisch. Und dann sterben all diese kleinen Käfer um ihn herum. Also, das ist sehr, sehr, ja, sehr unheilvoll. Ja, die Szene fand ich auch gar nicht schlecht. Also, auch ... Ich muss da sagen, dieser ... Der Schauspieler, der den Stranger spielt, der ist schon sehr ausdrucksstark tatsächlich. Ja, total. Also, was er da macht ohne Worte, ist ... Ja, das ist toll. Ja, schon toll. Und, äh, auf jeden Fall, ja, also ... Auf jeden Fall merkt man da, okay, er hat so eine gewisse Bindung. Das ist so leichte Magie. Ich meine, das haben wir auch schon vorher gesehen, dass er offensichtlich was Magisches an sich hat. Dann, glaube ich, sind wir wieder bei den Zwergen. Ja, wo wir ja eigentlich nur eine relativ kurze Begegnung haben. Aber eben auch die Einführung, nämlich, äh, Durin der Dritte, also, den wir jetzt schon eine Weile gesehen haben, trifft auf seinen Vater, den ... Der Durin der Vierte trifft auf seinen Vater. Nee, 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 nee. Er ist Durin der Dritte. Und dann, oder? Nee, Ach nee, stimmt, Durin der Vierte, genau. Trifft auf Durin den Dritten, meine Fresse, ey. Durin der Dritte gespielt von Peter Mullen, hatte ich ja schon erwähnt, den kennt man ja unter anderem. Christopher, du wirst noch Kenos Westworld, aber du hast ihn hier wahrscheinlich auch nicht erkannt, ne? Nein, wie denn? Also, äh, du weißt noch, wer es ist, ne? Oh, ja, wenn ich ihn erkannt hätte, würde ich's wissen. James Delos. Oh, kein bisschen erkannt. Ja, der war auch, Lasse, wir haben den, ähm, wenn du dich noch erinnerst, wir haben vor zwei Jahren diese Netflix-Serie Cursed besprochen. Ja, ja, genau, ich weiß noch, dass er da war. Da war der der oberste, der Paladine. Den, ich muss sagen, ich mag den sehr gern, den Schauspieler, der hatte ja auch eine ganz, der hatte, der hat einen der Todesser gespielt, äh, im, im siebten Harry Potter. Oh. Ja, also, ich muss dazu sagen, also, hätte ich's nicht gewusst, hätte ich, wäre ich nicht drauf gekommen, dass er das ist. Sehr aufgemacht. Äh, sehr imposante Erscheinung, sagt eigentlich nicht viel, aber der ist halt auch direkt skeptisch, äh, also, von wegen ist das jetzt ein Zufall, dass Aelrond ausgerechnet jetzt hier ankommt und, äh, er sagt dann auch einen Satz, den es auch in die Trailer geschafft hat, es gibt kein Vertrauen zwischen Hammer und Fels. Ja, das ist nice. Ja, und dann ist da ein, ein Kästchen, wo er etwas rausholt, wir wissen nicht was, ist auf jeden Fall ein leicht blaues Leuchten. Ja. Ich weiß nicht, was es sein, ich weiß nicht, was es sein könnte, ich denke jetzt erst daran, jetzt ist, äh, kommt mir die Idee, ist es eventuell Mithril? Es ist entweder Mithril oder es, ja gut, dann würden sie, die Lore halt eigentlich völlig zerschießen, aber es könnte auch der Arkenstein sein. Das Ding ist halt nämlich, weil es ist, das kann unmöglich, es ist halt auf keinen Fall der Arkenstein, dass wir blöd sind, aber es ist halt, es hat halt Ähnlichkeiten damit, aber wer weiß, was es ist, vielleicht ist es auch irgendetwas anderes. Irgendwas aus Mithril vielleicht, aber, ja, aber Mithril glänzt nicht so. Ja, aber ich meine, wer weiß, ich meine, wenn man es in aller möglichen Formen bearbeiten kann, ja, eventuell ist es ein Edelstein oder irgendetwas anderes, was sie gefunden oder hergestellt haben. Auf jeden Fall denken sie, anscheinend denkt Durin, der dritte Aelrond ist deswegen hier. Ja, aber halt, äh, Durin, äh, der vierte hat sich anscheinend so ein kleines bisschen versöhnen, sagt ihm, ich vertraue ihm, äh, er ist mein Freund und so. Ähm, dann geht es zu Theo. Oh ja, genau, der, ähm, die, sie brechen gleich auf, äh, wo es, wo es einen sehr, sehr coolen Effekt gibt, wo die, die Klinge, die er hat, zieht sein Blut an und wächst. Wo man denkt, ach, das fand ich toll. Ach du Scheiße. Aus, aus seiner Wunde, äh, äh, zieht, zieht diese Klinge so einen Blutstropfen und wächst eben so ein bisschen und, und brennt auch und da ist auch wieder so ein, das sieht wieder aus wie Saurons Auge, ne? Ähm, ja, genau. Das hatte was. Oh Gott, die, die Klinge hat was, was, was Böses, auf jeden Fall sieht man da draußen den Zug der Menschen und komm mit, wir, wir fliehen, wir holen ab, sie wollen sich ja zu dem, zu dem Elbenturm zurückziehen, äh, zu dem Wachturm dort erstmal, das ist das Letzte, was wir davon sehen. Und dann, ähm, sind wir wieder kurz beim Floß, wo sie halt sonnengebrannt. Genau. Und da steht ein Schiff mit einem Schatten und wir hören etwas, was wir, vom Soundtrack her wurde schon etabliert, als das, äh, Númenor-Thema, wo, okay, dieses Schiff ist auch das Númenor, auch, äh, ein Menschenvolk. Ähm, und, ähm, auf jeden Fall wissen wir, die, die beiden werden jetzt erstmal gerettet. Ja. Was, was, äh, mit einigen anderen Charakteren, das wissen wir noch nicht genau. Ja, also insgesamt, äh, viele, viele lose Threads. Kein Wunder, ich mein, es ist die zweite Episode. Aber so lässt uns das erstmal hängen und der, und über den Abspann ertönt das, ähm, das Kasadum-Thema. Ja, sehr toll. Ja, ich muss sagen, so langsam freunde ich mich mit an. Also, es klingt halt wirklich ultra nach Zwergen. Ich fand, ich fand es tatsächlich toll inszeniert, äh, wie diese Schifte kamen, also wie erst so ein großer Schatten auf Galadriel und Hallbrand fällt und dann man irgendwie so eher so im Anriss nur sieht, ah, das ist jetzt irgendwie auf jeden Fall, also, ja gut, ich weiß es halt schon auch von der Musik her, aber man kann sich das immer schon denken, es ist ein Mensch von Númenor, ne? Mhm. Ja. Schattenhafte Gestalt, wissen wir, ja, und, äh, Schluss von Episode 2 und, ah. Ja, dann sind wir tatsächlich schon durch. Wer hätte das gedacht? Ich muss sagen, die Folge hat sich für mich kurzweiliger angefühlt als die erste. Mhm. Also, die erste war wirklich schon so ein bisschen zäh. Ich muss aber sagen, also, es war schön, dass jetzt J.E. Bayona so seine Horrorskills ausspielen konnte bei der, äh, Episode da in Tierhaarad, aber leider bis auf diese Klingennummer packt mich das nach wie vor nicht so richtig und Aaron dir das, was jetzt mit dem ist, da bin ich jetzt ehrlich gesagt, also, ja, ist jetzt halt weg, also, ich würde ihn jetzt nicht vermissen, ja. Ja. Ja, ich hoffe halt, er sorgt dafür, dass wir mehr von den Orks sehen in der nächsten Episode. Ja, vielleicht landet er ja irgendwie, wer weiß, vielleicht landet er ja beim großen Ork, der dann auch ein Ständchen von sich gibt, ne? Auf jeden Fall erwähnenswert, äh, bei dem Ork, komplett praktischer Effekt, komplett alles Make-up. Ja, toll, ja. Ähm, wundervoll, muss man erwähnen heutzutage einfach. Ja, vor allem im Hinblick auf die, da muss ich die Hobbit-Trilogie dann hinter klein machen, wobei sie hatten, sie hatten ja, äh, dann zumindest hier da in, ähm, ähm, oh, wir sind hier in der Seestadt, genau. Ja, es ist nicht alles CGI dort gewesen, aber halt vieles. Ja. Ja, insgesamt, sonst würde ich mich jetzt einfach mal vordringen, also, ich fand die Folge schon besser als die erste, ich fand die Dialoge, wie gesagt, deutlich besser. Es hat sich kurzweiliger angefühlt, habe so schöne Charakterinteraktionen, viele schöne Details am Rande. Ja, so langsam läuft es bei mir an, also, es haut mich jetzt nicht völlig vom Hocker, visuell fand ich's teilweise schon richtig, richtig, richtig toll. So, total hoch bin ich noch nicht, aber zumindest ein bisschen mehr und, ich weiß nicht, Christopher, soll ich dich überhaupt fragen? Ja, zur Folge sag ich nichts, ich kann mich auch an kaum noch was erinnern, ehrlich gesagt. Aber liebe Hörer, ich kann euch erzählen, was euch in den kommenden Wochen erwartet, ihr werdet diese Besprechungen hören, mit Dom, mit Lasse und mit wechselnden Gästen. Denn ich werde mich an dieser Stelle verabschieden, denn ich möchte niemandem den Spaß daran verderben, aber mir gibt die Serie so viel wie damals Integralrechnungen auf der höheren Handelsschule. Und ich bin zwar, ich bin zwar Nerd durch und durch, aber wenn ich tief in mich gehe und ich dann merke, es interessiert mich ehrlich gesagt wirklich mehr, was als nächstes bei Euphoria passiert als hierbei, dann kann ich dem nichts mehr hinzufügen. Aber eure Gesellschaft hat mir wie immer eine Menge Freude bereitet und wir werden uns dann bei anderen Recaps dann wiederhören. Okay, ja, Lasse, dann bist du noch dran. Ja, also ich fand's wundervoll wieder, also bin super gespannt, wie es mit den Charakteren weitergeht. Ich fand halt alles, alles in Casadoom habe ich geliebt, alles das fand ich wundervoll. All diese Charaktere, die dort aufgetreten sind, mochte ich sehr, sehr gerne. Spannende Sequenzen zwischendurch, sehr interessante weitere Entwicklungen. Ich bin echt, ich finde es so scheiße, dass ich jetzt eine Woche warten muss. Ich bin super, also ich bin so, so gespannt auf alles, was noch kommt und bin tatsächlich ein bisschen erschrocken darüber, dass es jetzt dann immer noch jeweils nur eine Folge ist, weil das wird viel zu schnell vorbeigehen irgendwie. Aber ich, ja, ich bin, ich bin verzaubert nach wie vor und bin, und wirklich, ich hab hier so wirklich so den Geist von Tolkien gespürt, so im Detail halt, gerade halt, was alles an Casadoom angeht. Also in den, in den Kostümen allgemein, in den Sweeping, äh, äh, Landschaftsshots und so weiter, in, in der Musik, also es ist halt, alles ist so tief, so tief drin. Ich bin jetzt, ich bin in Mittelerde wieder angekommen und ich bin so froh, dass ich wieder da bin. Man wird sehen, wo es hingeht, vielleicht kann es ja noch was werden, äh, ich bin bislang, ja, für mich ist es bislang so ein, so ein solides Niveau, wo es sich gerade einpendelt. Man wird gucken, wo es noch hingeht, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch beiden, vor allem bei Christopher, dass du das hier durchgestanden hast, diesen Nerd-Kongress, diesen halben. Ich bedanke mich natürlich auch bei euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt auch gerne uns natürlich schreiben, wie ihr die Folge fandet, was ihr vielleicht auch so, vor allem, was ihr für Theorien zum, äh, Stranger-Kometen-Mann habt. Ist es der neue Gandalf, ist es Sauron in Disguise, äh, das würde mich sehr interessieren. Letzteres erscheint mir immer abfähiger und, äh, ersteres immer wahrscheinlicher. Aber wir werden sehen, wo es hingeht nächste Woche. Ich freue mich jetzt doch tatsächlich ein bisschen drauf, ich bin gespannt, wer hier nächste Woche aufschlagen wird. Ansonsten, ja, im Zweifelsfall machen lasse und ich das zusammen, aber es wird sich sicherlich noch irgendwas ergeben und damit würde ich sagen, sind wir raus. Macht es gut. Bis nächste Woche. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.